Herzlich willkommen bei 3 für 3 die Liga. Es gibt eine Station, die heißt Eckballtore erzielen, dann Lattenschießen von der 16er Linie und Tor erzielen vom Mittelkreis, aber ohne auftischen. Ole, du bist heute der Mentalcoach, du hast keine Schuhe dabei, weil? Weil ich eine leichte Verletzung am Sprunggelenk hatte. Das heißt, du musst quasi mit den beiden hier jetzt mal gucken, wie es läuft. Ich mache Ecke und Latzen schießen, dann magst du mal den 10 längeren Park. Longshot. Alles klar, dann let's go! Mach ruhig den Ersten. Erstmal fürs Gefühl. Ja, du musst locker bleiben. Ja, locker bin ich. Der Ball muss locker bleiben. Nein, bleib locker. Lockeres Fußgelenk, bap, rein. Ja, ja, nee. Zu viel Schnitt. Bisschen weiter nach außen ansetzen. Der ist der wichtigste jetzt. Das ist der allerwichtigste Ball. Der ist sau wichtig. Das ist auch wichtig. Bleib locker. Ein guter Mentalcoach hier, ne? Super. Man merkt, das ist der Sport. Junge, 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 Junge. Bleib locker. Boah. Guter. Warte. Kamera. Kamera getroffen. Gibt leider keinen Punkt. Jetzt gibt es noch einen für die Galerie. Den machst du einfach so. Guck, der ist drin. Das gibt es noch nicht, Alter. Geht nicht, ne? Nee. Gib mir einen. Gib mir einen Punkt, ey. Du darfst dich wieder setzen. Ja. Ist natürlich bitter, dass du verletzt bist, ne? Naja, dann würde das anders aussehen. Du wärst eine Waffe gewesen, ne? Ja. Wahrscheinlich hätten die anderen beiden dann hier gesessen, bei allen drei Schüsse. So, jetzt geht's rund. Ein Punkt wär jetzt gut. Ein Punkt wär gut. Gut, gut. Bisschen höher. Trotzdem gut. Das ist der Druck, ja? Das ist der Druck. Das gibt's doch nicht, Alter. Boah, der komplette Druck lastet auf den Goalie. Das Geile ist, wenn der Ball an die Latte geht, dann kriegst du nicht einen Punkt, dann kriegst du drei Punkte. Okay, top. Und wenn der Magenta-Ball an die Latte geht, holst du sechs Punkte für dein Team. Okay. Ja, der war auf jeden Fall, der war top, ey. Geil. Ein Punkt. Der erste Punkt für Preußen-Münster in der dritten Challenge. Geil. War der drin? Ja, doch. Ja, ja. War der drin? Ja, ich hab's gesehen. Gibt's auch kein Videobeweis. Okay, komm, den noch an die Latte jetzt. Wenn wir den noch an die Latte haust, dann seid ihr wieder vor dem Game. Oh. Oh, aber trotzdem, ey. Aber drei von drei. Geil. Der zählt doppelt, der Letzte, ne? Der zählt doppelt, der Letzte. Geil, Max. Wir sind dann acht Punkte. Wir sind wieder vor dem Geschäft. Warte mal, wir brauchen noch einen schönen Schuss. Nee, 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 nee. Das gibt's doch nicht. Nee.